Hallo, hallo. Ich kenne auch was, was 50 Jahre alt ist und das ist eine Schildkröte. Also für den Landkreis finde ich, dass es schon ein gutes Alter ist, 50. Ich würde dann in Rente gehen und auch im Garten arbeiten. Und das 50 vielleicht, das Alter von denen. Geburtstag 50. Das hier ist eine Schreibmaschine. Und die sind auch sehr alt, ich glaube auch so 50 Jahre her. Ein E-Di-Netzung. Ein altes Telefon. So was hat meine Oma auch am Dachbogen. Das ist so ein Telefon, wo man das so kurbeln muss und drehen muss. Hallo. Und da ist so wie von einer Tuba das Ende so, wo man reinsprechen kann. Ein kleiner Landkreis halt. Also ich habe geschätzt, dass der Landkreis hat 50 Millionen hat so ist. Oh, wir suchen jetzt mal den Landkreis Neustadt an der Walden ab. Ja, da ist ein süßen Stucke und Wienchen. Die Bürgermeister, finde ich, sind die Chefe von den Landkreisen. Also bei mir gehört zu einer guten Geburtstagsparty, Torte, Luftballons, Konfetti, das Geburtstagskind und richtig, richtig, richtig viel Spaß. Geschenke. Luftschlangen. Gäste. Feiern mit der Familie. All meine Cousins, Onkels und so dazu. Und bei so einem Landkreis, da würde ich vielleicht schon so viele anladen. Alles Gute zum Geburtstag. Lieber Landkreis. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Landkreis. Happy Birthday to you. Alles Gute zum Geburtstag. Alles Gute zum Geburtstag.